ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja, sonst lebt eh keiner mehr. Lebst du noch? Ja. Okay. Ich finde Markus noch nicht. Ne, ich auch nicht. Ich hätte halt gern was anderes als ne Shotgun. Vidris? Ich glaub das war's mit Vidris. F***ing dead Ringer. Haben wir gleich, ja? Warum bald? F***ing Hubschrauber, du wärst tot wenn ich da vorbeikommen war. Wir sind mal durch. Bin man zuerst. Ja. Ähm... Oh f***, du bist hinter mir. Ich glaub du bist halt weg. Ah, schade. Du weh nixens, Markus. Idris hat hart kassiert, aber deine... Ja, den kleinen Markus hat den Weg gemacht. Wie schaut das eigentlich aus? Ich bin immer selber troll. Ich hab noch nie mehr gesehen trollen. Wirst du auf einmal gestorben bist, auf einmal wurde es größer. F***, ich hätte den Pauli Wetter machen sollen. Bitte, wenn irgendwer troll wird von euch, sagt's mir das mal. Ich will das auch sehen. Ich jagt auch ab sofort wenn ich trete. Bei Idris war ein Idris auch so lustig. Ich hab mich so an den Heli angesneakt. Und Markus, willst du eine Tegel haben? Ja, ich hab schon eine. Oh, schade. Und alles was ich spiele ist eine Double Barrel. Ich hab eine Double Barrel. Ich hab eine Sawdorf. Nein, die ist scheiße, weil die kann man nicht gleichzeitig abfahren. Sawdorf ist super. Ich hab ne Valken. Weil die Double Barrel kann man gleichzeitig abfahren. Ah, aber ich brauch noch einen Schuss. Boom, boom. Entroll. Vista. Hasta la vista, baby. Entsalata, Miesla, baby. Ja, der Hubspro ist auch gut. Das hat mein Vater immer gesagt. Na, mit Salatli. Na, mal, das ist die Schupp. Boah, ich schupp halt mir. Nein, ich hab ne Bärenkmalen gehabt. Ja, genau. Ich hab die nimmer. Komm, einmal die Rasen. Warte kurz. Du musst dann die Papier dazerst holen. Ich hab eine Rögel schlossen. Uum. Boah. 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 Boah, balli, balli, balli. Die Bärenfalle prepared er zuerst so. Ja, das weiß ich eh. Aber ich weiß nicht wo die Kopf. Und dann musst du sie nochmal mit Links Klick legen. Maxi, pass auf. Martin? Joa? Boah, balli, balli. Pass auf. Boah, wir sind Squad. Nee, ich hab runtergesslotzen den. Okay, wir sind Squad. Pass auf, da ist ne Bärenfalle. Wir sind der Ardipres. Du weißt, was der Einzige ist, ok? Maxi, geh mal schwimmen. Ja, schwimmen. Hallo, Idris. Wenn ich sterbe, ist der Martin. Martin! Ist so laut! Jaaa! Du brauchst eine Tabletperle und dann müsstest du erst ein richtiger traden. Markus, was ist denn du da jetzt ein? Martin! Du! Holt ne Insta da rein! Wer ist da da rein? Dann schauen wir da mal zuhören, wie du klein! Ich kontrollier! Martin! Wer? Wer hat mich da oben gesehen? Soll ich mich umbringen? Nein! Er will runterfallen! Fuck! Ich hätte mir das ganze zu töten können also! Scheiß Pauli! Pauli ist! Pauli hat den Idris getötet! Wir haben es gesehen! Nein! Pauli hat den Idris getötet! Er ist nicht der letzte, Dude! Wer hat das eigentlich gesehen? Ich habe es gesehen! Wo bist du jetzt? Unter dir direkt! Ah, wo? Au! Au! Ey Martin! Martin ist es! Blödsinn! Martin ist es! Pauli ist der zweite! Luhn! Pauli, Alter! Ich hab dich voll vertraut! Scheiß Pauli blottet mich auf der Leiter, Alter! Der Piese ist da gestorben! Ich hab glaub' der Idris! Statt dass ich aufs Boot zurückfall! Nein! Ich flieh die Kilometer weit weg und ins Leere! Scheiß, Alter! Das war echt! Na ja! Ohohohoho! Der drauf wird! Hätte cool ausgesucht, gell? Der ist jetzt sicher cool ausgesucht! Ui, der brennt! Und ich wollte... Der Maxi! Der Maxi hab ich ein bisschen... Und ich hab nicht gestoppt! Ich wollte ihn mit der Amaterrasse retten! Äh, dieser! Das ist wirklich enttäuschend, Pauli! Ich hatte... Woher Waffe gehen? Ich wollte die Amaterrasse retten! Leider ist keiner in die Beeren voll da reingrennt! Ah, ich hätte schießen! Ich hab's gewusst! Warte, ich hab schon mit der Amaterrasse schießen! BOOM! Immer noch mal spielen, mein Pauli! Ich hab's... Was macht... Was... Was macht der Poole überhaupt? Was macht der Poole? Ja, ich find's raus! Ich hab's nicht gelesen! Dingens, der Magician! Ich... Ich war ja auch gelesen! Ich mach wieder eine Beeren-Train, Pauli! Martin ist bei mir und der Pisa! Haben wir eigentlich noch einen Detektiv? Nee! Aber die Rasse hat... von Idris! Nein! Nein! Wer ist der Priest? Das muss man nicht sagen! Oh, ich bin Agent! Ich glaub Bisa oder Idris! Bisa oder Idris! Boah! Boah! Ich hab... Bisa oder Idris! Bisa oder Idris! Bisa oder Idris! Ja, Martin zum Beispiel! Bisa oder Idris! Nein! Der hat daneben geschossen! Bisa oder Idris! Der Martin hat... Ah, der Pauli hat so... Boah! Nein! 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 Wo ist denn deine Beeren? Keine Lust, dass ich das gesnippet werde! Vielleicht wie ist das ausführen? Vielleicht! Vielleicht! Super! Noch ist Glasgebot! Ich weiß selbst nicht! Wo zieht's! Ja! Wo ist meine Beeren? Hallo Wally! Warum bist du gewundet? Bitch! Weil ich gerade runtergeflogen bin! Okay! Was? Da habe ich mich nicht mehr bewegen! Ja! Das ist die Beerenfalle! Die töte ich nicht hier, wo im Hotten Shit. Nice, Alter. Ja, ich krieg die Minuspunkte. Ah, anders. Äh, das ist die Beerenfall, Alter? Ja, ich stört einfach. Ich kann mich mal meine Maus mehr bewegen. Ja, ich müsste schon tot sein. Ja, der ist jetzt tot. Der ist ja klar. Aber das kommt für andere was. Uh, Markus, das tut mir wirklich leid für die Beerenfall. Ich hab's halt saulang überlebt irgendwie. Ja, das ist so. Ja, aber normal so lang. Ich glaub aber dagegen halten kann man nicht. Keine Ahnung. Ich glaub der zweite ist Idris. Warum? Komm mal den ersten. Idris bis hier, einer von uns, äh, von den beiden. Oh, jetzt ist der Paul, ich will gleich den nächsten töten. Nein. Von den beiden hat einer mit Terrasen geschossen. Kann ich in Markus irgendwie aufnehmen? Und der Idris, und der Pisa hat mich töten können. Ja. Und der Pisa hat mich töten können. In Sport leer. Im Auto. Komm, Max, bet für uns, Markus. Bet für uns, Markus. Ja, da liegt der. Ja, ich hab ihn runter. Ja, ich hab ihn runter. Au, 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 au. Idris. Ja. Was, Idris? Der Max. Idris hat angefangen. Hammer. Nein, Hammer nicht. Ja, oh ja, Hammer. Das hat halt urbehindert gewesen. Ich hab sogar versucht, ich hab sogar Juggernaut trunken, das hat nichts gemacht. Das hat nix gemacht. Ich hab sogar Juggernaut trunken, das hat halt überhaupt nichts gemacht. Wirklich gar nicht. Nein, 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 nein. Bei 9 Habtie hab ich den, bei 9 Habtie hab ich den, dem Idris bitte heiz den Maul, ich muss nicht kicken. Kann man sich mit ihm stehen? Es tut mir echt leider, wenn du mich die ganze Zeit unterbrichst, das ist echt nervig. Ich mach Hintergrundgeräusche. Ich mach Hintergrundgeräusche. Ja, aber das ist trotzdem wichtig. Machen, alles spannend. Ich bin urbehindert gewesen, weil ich bin, ich hab halt nicht wusst, dass da einer liegt, was. Da hat halt keiner geklostet. Wer hat mich jetzt mit Namen geklostet, hat er abgeschossen. Nee, das hat keiner gesagt. Aber ich hab halt, ich hab halt nichts mehr zu tun. Ja, ja, das ist eke. Du kannst dich halt, glaub ich, gar nicht bewegen in der Vampire. Nee. Kannst nix tun. Vampire. Oh, ich bin Magician. Cool. Du weißt ja, was diese Messer schießt, mit denen du sporten kannst. Der Messerwerfer? Ja. M-m-messen. Hey! Ich bin ein... Red Newton Launcher? Ich nicht. Au! Hey, was soll das? Denn ich bin nur ein... Einer, wer hat da auf mich geschossen? Pssst! Ja genau, Pauli. Der Pauli is es. Der Pauli is es. Es tut mir leid. Ja Pauli, wir wissen es alle. Aber ich hab jetzt... Aber ich hab jetzt mehr leid. Ja Pauli. Genau. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist jetzt für schwule Musik, was? Ah, der wiss mich häkeln eigentlich. Donner immer. Primo, boi, boi, boi. Alles probiert. Der wird geschossen? Ja, ich mach die Kisten nicht. Der wird fett geschossen sogar. Kisten machst du da dahinter. So weißt du, der Markus da nicht. Markus, du bist Wissenschaftler. Mhm. Hab ich gesehen. Der meinte mich mit den Newton haben, schau, ob wir schießen. Markus, darf ich mal Leben von dir ausborgen? Ja, Bois, wisst ihr eh. Von Pauli müsst ihr euch ein bisschen in acht nehmen. Der hat mich runter auf 80 geschossen. Aber ich weiß nicht, was du meinst mit Overhealing. Ich glaub, das war ein gefailter One-Shot-Attempt. Das hat er gemacht. Ja, ich hab einfach Leben von der Pflade. Ja, 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 ja. Wisst du, ich hab jetzt 140 Leben. Ja, 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 weil Traitor bist ein bisschen viel kämpfen muss, gell? Nein, weil ich mein Vampir bin. Ja, ja. Ups. Ich hab ne Idris Boys. Du meinst Spartan, ne? Na, bin froh. Ne, nur den Spaß. Hast du das gesehen? Ich hab ne Legs schon wieder. Bois ist... Was? Ich hab aufs Farce geschossen, Kollege. Ja, aber du hast mich, ich hab jetzt halt bekommen. Ah, ich bin, du bist fuller. Ja, ich hab jetzt 97, aber ich hab's halt gleich mal gemacht. Was? Ist das jetzt der Pauly? Na. Äh, irgend... Oh, Markus. Was? Jetzt halt gern wieder meine Winchester. Die ist halt echt cool. Äh... Wie heißt das? Äh... Will ich denn da mit dem Helikopter fliegen? Wer hat die Flash bin geworfen? Da ist ne... Ah, Ding! Maxi! Snapper! Wer hat da jetzt schon wieder auf mich geschossen? Sieht der Pauly? Nein! Wenn der Martin gerade macht das, dann warst du Piso. Da, 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 da. Okay! Hey, wo hast du denn jetzt? Du bist der Einzige, der Einzige. Du bist der Einzige. Du warst in der Nähe, ja? Weil der Markus... Reetard. Ja, der Markus hat... Der Markus hat... Der Markus hat das in der Newton-Landschaft. Er ist einfach schon in der halben Stunde dort. Ne, in der könnte ich jemanden genommen haben. Ich glaub, dass der Pauly und der Markus sind. Da schieß ich. Ja, Tatsache. Ja, Tatsache. Das ist der Markus. Na bolle, ja. Also der Martin hat den Umbrach. Ich bin... Ich hab beide mit meiner Striker. Ja, auf mich ist er zweimal geschossen worden, also. Ja, einmal von mir. Ja, richtig. Deswegen glaub ich immer noch, dass du ein Trader bist. Aber der Markus ist so inner sind da unten, ich seh. Der Markus hat auf mich geschossen. Wenn du nur mit dem Newton anschaust... Achso. Okay. Hat auf mich geschossen. Idris will sich mit dem Helikopter fliegen. Da fühlst du sicher. Nein, das war der Markus. Nein, der Markus war unten mit uns. Idris. Also mit mir. Ja, der war unten, ich war auch unten. Und da hat er auf mich geschossen. Äh... Idris. Äh, du hast gesagt, dass ich hätte gesnappert. Deswegen ist jetzt der Pisa gestorben. Idris. Nein, Blödsinn. Idris. Ja. Will sich mit dem Helikopter... Da ist der Pisa. Ja, das ist der Idris. Ja, da ist der Idris. Also ich meine, ich warte dich jetzt nicht rumschießen. Der Pisa. Kannst du irgendwelche Props drehen? Al. Das ist lo. Idris. Leider st... Ja, du hast ja auch immer dieses Props, kannst du das bitte lassen. Ernsthaft. Was für ne? Prop? Bitte lasst es, es ist wirklich mehr für dich. Was für'n Prop? Geht! Au! Ich wollte was lustiges machen, weißt du, weil es lässt einen halt leider keiner, weil da irgendein Huren so noch nicht umtrollen muss. F**k, du Klobs. Wer war dieser Prop da? Wie so? Der Mann, ich will mitspielen. Der Mann, der Zingelzer Hip-Hop. Der Maxi war einfach schon seit einer halben Stunde, ich hätte die Rifle irgendwann einmal tun können. Und ich wäre einfach glatt geschlossen, Alter. Der Hidl ist ja... Wieso, warum musst du das jetzt kaputt machen? Das ist ja nicht dran, ich habe es probiert zu drehen. Jaaa, aber was... Das wäre einfach so... Idris, du hast mit dieser Aussage in PiS einfach umgebracht. Sauber! Was? Was? Der Idris hat gesagt, der... 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 Der Markus war unten. Nein! Das habe ich nie gesagt, ich habe gesagt, der... Der Markus hat... Ah, der Martin hat einfach Schuss gefoltert. Das habe ich gesagt. Nur wenn ich eine Rifle in der Hand habe, war das ich automatisch. Ja, du warst doch... Du warst doch der einzige der Rifle. Der Markus und ich waren mich unten. Markus, ich bin Spartan, aber was willst du? Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran. Direkt vor dir. Oh Gott! Oh, ich hab deine Tür! Oh, ich hab deine Tür! Oh, hallo! Hallo! Oh, jetzt ist kurz zu stehen, und gerade was rum. Ich weiß jetzt noch nicht mehr wo. Nein, natürlich kann man nicht aufmachen. Du? Ich hab Pisse in sich. Oh nein. Wann mal. Ist das Pisse oder ist das Gift? Hä? Die ist vorhin nicht aufgegangen. Pisse ist... Milch ist Gift. Da ist Pisse am Boden, schon. Alter, ganz ernst. Kann nur der Brandy sein. Wie oft. Das wäre lustig gewesen für eine Facecam, ja? Brandy traut sich wieder her. Was? Ja, ich... Ich... Ich wollte... Ich hab mal jetzt einen Pisse-Burger geholt. Oh je! Nein, 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 nein. Das ist ja gleich komplett hier. Nein, 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 nein. Brandy, das darf nicht auf Pisse ausgestreckt werden. Alles klar! Ich hab jetzt einen Pisse-Burger holt. Ja, aber... Aber jetzt... Ich denk mir so, ja... Ich möchte schön das Plopp am Mikro haben, ja? Beim Aufmachen. Geh schon mit dem Mikro dran. Mach Plopp. Ich komm draus. Was haben Sie da runtergehaut? Markus ist gemutet. Markus ist gemutet. Mach's zu. Schüttel's ein bisschen. Na, wohl dann aber... Dann kommt's vielleicht wieder Plopp. Aber nein, es hat einfach nur... Puh, Pai! Das ist ja unbefacht voll in Mengen. Max, was hat mich umgebracht? Haha, scheiße, Mann. Ich hab's doch gesagt, Paul. Ich hab die Discover gecallt, ja? Ah! Sound muted. Sound microphone muted. Schon schön geflogen, Paul. Ui! Ich glaub, da ist grad wer gemacht, wann? Warte! Oh, mein Gott! Ich bin nie wieder wäten. Da wird grad wer gemacht. Der ist ja mit nem Hummer und Bid. Ja, der Max, der ist glaub ich, Athlet. Wenn ich das in Erinnerung hab. Ich glaub, dass der grad... Oh ja! Au! Hi! Ja, da ist der Max! Hallo! Scheiße, Martin! Der Idris kommt in einem Raum rein. Da liegt eine Leiche. Überall biegt Blut. Und er... Ja, ja, da ist der Markus. Scheiße, Martin! Der Markus! Marni! Der Marni muss in neuen Konten. Ich hab's mir eh schon geschickt. Ja! Willst du nicht sterben? Maxi, du müsstest inzwischen wissen, dass ich Captain Obvious bin. Wolli? Wie war die? Wie war die? Ja, ich hab's mir ausgeschickt. Ja, also... Ich hab's mir ausgeschickt. Also, wie? Ich hab eh genügend. Oh, Markus! Hi! Markus, oh! Markus, oh, die Tür geht nicht auf. Oh, short of. Aber das ist nicht der Traitor-Sache. Die so, okay. Okay. Na, das war in Maxi seinem Baseball-Bag-Test in so einer Ecke gesessen. Bist du zu faul, um ein Bild einzublenden im Video? Oder vergisst du drauf? Das ist ähm... Das ist der Traitor-Test. Und den kann der Traitor-Test machen. Okay, ich hab ein episches Bild für alle, die es im Spiel sind. Immer leben! Hi! Ey! Bin ihm, ja. Okay, ich das. WhatsApp-Baiting, schau. Ja, gut. Das war jetzt ein bisschen unlucky, aber... Der hat auf mich geschossen. Hä? Ich das! Das hat doch einen Umbruch von mir einfach so... Ja, aber... Der hat auf mich geschossen. Wo ist denn das? Du hast das gesehen. Ich schau nochmal live an. Wieso ist das? Wieso ist das? Wieso... Der Pauli hat auf mich geschossen. Ich hab ihn halt gemacht. Hä? Okay, wo? Ja, unten im Schiff. Ich geh rein. Da. Fertig. Lol. Ist kaum auf du. Ich bin wirst gestorben werden sollen. Du bist aber im Zivildienst. Ja, warum? Ich bin jetzt aber bald fertig. Das darf ich wieder raus. Hallo, Beryl. Das ist der Pauli. Halt dich offen. Halt dich offen. Halt. Ja, ja. Du bist doch gewohnt, oder? Ja, weil der Pauli auf mich geschossen hat. Und du hast den Pauli... Nee, das glaub ich nicht. Markus, wo ist er? Markus, wo ist er? Ich mach kurz einen Prozess. Markus, wo ist er? Ich mach kurz einen Prozess. Nein, wir machen nicht kurz einen Prozess. Nein, wir machen nicht kurz einen Prozess. Na, aber nein. Inno sind viel. Ja, unversichtlich. Der Pauli hat mich zuerst angeschossen, verdammt. Und der Pauli hat Dietrich gesagt. Ja, aber ey, ordentlich. Du warst beim sterben auch schon was, äh, so Idris schön, obwohl dich der Markus gemacht hat. Und so ein Scheiß. Was ist denn... Also ein... Aber Maxi, egal wer dich fühlt. Tatsache. Oh, hi, Schießer. Alter, Pi-Surfer. Du musst dir auch dein Teil denken. Selten. Frickens. Ja, ich hab du schon gemacht. Ich mach da einfach den Pauli vor deine Augen, du. Hey, Maxi. Maxi, willst du einen Zaubertrick sehen? Bin ich klein oder groß bei dir gerade? Kein. Okay, nicht schon. Gar nicht. Kann ich selber auch. Ich bin Traitor, hat mir das auch gekauft. Ah. Also... Ich... Schöne das Foto. Ja, shit. Ich hab's mir da. Aber... Ich hab's mir durchscht. Falls jemand... Dinge... Fotos schon episch. Andere schwerer zu finden. Wer ist denn... Wer ist denn Linja von euch? Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Disco. Was, ich? Das ist wirklich der Disco. Martin hat mir Spaß vor allem. Lass das bitte. Insterial, Markus. Halleratzen. Der Martin... Ja, der Martin hat mich so runtergeschossen. Ja, nein, er hat runtergeschossen nicht. Ich hab fast zum Punkt geschossen. Und ich hab mich besitzt immer. Oh. Und die Information für alle Falser Pieces. Ich vergiss zum Einblenden. Der Idris ist grad gestorben. Der Morph Ball. Rot bin ich nicht. Er hat gesagt, oh. Idris ist... Nein, das hat er Maxi. Ja, ich bin durchm Fenster gesprungen und da war's etwas tiefer, als ich mir gedacht hätte. Uh, Winchester. Ja, aber der Max... Der Mag... Warte mal. Oh, ich hab's die Vampire-Tiegel vom Dings. Der Maxi ist runtergeschossen. Maxi ist runtergeschossen, ja. Wahle. Hallo, Markus. Ah, ja. Noch besser. Hallo, ja. Äh, Bisa schreibt auf uns. Bei mir geht's. Sehr wurscht. Der Martin macht mit. Er wird einfach so wett. Weil es nicht kommt. Mit einem Wurf stirbt. Wenn mich... Ich trau mich wetten, wenn der Martin mich sieht, der macht mich onside. Einfach weg. Einfach so. Da ist etwas bei mir gistleitschert, da ist etwas vorbei flogen, da ist gut etwas vorbeigeflogen. Was? Wahle Ihe? Okay, Markus... Warte Ii vertreute jetzt nochmal, ok? Ich vertraue jetzt nochmal, ok? Ich höre... Ich höre auf... Keine Coles mehr von Martin. Das ist echt scheiße... Ich hab eh gesagt, Idris da nicht in der Data kossen. Der Markus steht beim Pisa, gell? Der steht direkt neben ihm. Du mal leid, Pisa, ich hab nur leider nicht gesehen, ob du geschossen hast oder nicht. Ich glaub, Markus und Pisa sind's. Bei einer Waffe im Ding so. Ja, Martin. Ja, wie schon gesagt, deine... Wenn der Pisa full life ist, ist er's. Ich hab den Druck nur, weil der Markus hat so ein Tier neben mir. Der Pisa ist nicht full life, also... Alter, du bist ziemlich hört. Warum bist du badly wundet? Die Idris ist wundet. Und das hat niemand getrunken, Martin. Nein, hat's nicht. Gibt's alle noch am gleichen. Gibt's alle noch am gleichen? Ja, wegen an Pauli immer noch. Alter, ich weiß nicht. Der Martin ist halt so random. Du kannst halt nicht wissen, was mit dem ist. Ist aber eigentlich auch eine Taktik eigentlich. Der ist so random, dass du ihn überhaupt nicht einschätzen kannst. Der könnte Trader sein, der könnte Dino sein. Keiner heisst es. Inzenderial. Fatid. Alter. Auf jeder weise. Ich weiß ein Mongo. Schöne ist sonst Inzenderial nicht wo. Ach so. Inzenderial. Hallo Markus. Okay, tschüss Markus. Ich trau mich doch nicht runtergehen, dann bin ich tot. Ich trau mich auch mit dem Markus. Markus. Aber so ruhig. So, jetzt sei es im Tod noch eine Minute circa. Wenn überhaupt. Markus. Äh, Idris. Hab ich. Wow. Das kann ich jetzt entscheiden, bitte. Idris, was? Ja, dann ist der Pisa der Zweite. Ich möchte es nicht geben. Pisa trinkt noch raus, komm. Prost. Kannst du mal confirm, ne? Martin? Ich hab ihn confirmt. Dann hast du nichts. Pisa trinkt noch was. Warte. Warte. Ja, ich hab nichts zum Anstoßen. Du kannst was trinken, Pisa. Oder hast du keine Credits mehr? Ich hab noch Sachen. Pisa, und jetzt machst du den Martins. Ist okay? Ist okay. Warte, ich darf noch ein Radar. Punkt 10. Das Radar jetzt? Ja. Hoppala, das ist ja gut. Das bin ich. Scheiße, das ist ja. Alter, was war das mit einem vollen Spaß? Ja, ich hab ihn voll weggemacht. Ja, Alter, ich hab ihn Pauli sofort weggemacht. Und die... Alter, das hab ich... Alter! Alter! Ich hab den Pauli so richtig clean weggemacht. Alter! Was heißt clean? Ich bin eben zwölf. Nehmatum. Bind uns die Tür raus. Du hast... Nein. Erstens war das mehr. Und zweitens war das die Gelegenheit für mich als Traitor dich wegzumachen. Und zwar berechtigt. Was war das jetzt, Pauli, was du mal schittest? Ich glaub, wär das eine andere gewesen. Ein... Mein 3D-Drucker, der... Ein... No, fluoreszierendes Filament drückt. Okay. Ich hab ne Double Barrel oder sowas. Nein, also ich hab dir jede Chance gegeben. Ja, aber man wollte wirklich nicht auf jemandem schossen und der scheiß Martin taucht nie wieder. Pauli, ich legte meine Seele. Das war geil los, oder? Ja. Danke. Komplett. Das sieht was ja richtig, wie es sich geschluckt durchgeht und dann dorthin. Hei. 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 Der Pasha auf 200, der Pamp-Vampir ist echt nicht so bad. Ja, aber straight dark. Hast du wieder die Disco? Wolltest du mich umbringen damit? Wolltest du's auch Sacker? Kriegst du's selber nicht weg? Wolltest du's auch Sacker? Wolltest du's auch Sacker? Möchtest du's auch Sacker? Kannst du's jetzt nur noch verteidigen damit, was sie verdienen? Au, au, in dem Schaden kommt. Helikipater! Ja, alter. Nämlich das triff. Nämlich das triff. Au! Lauf! Alter, ey! Oh! Alter! Wow! Wow! Hehehe-haha. Oh, Alter! Oh, au! Ich geh schon auf fliegt. Aber dann cool. Was machst du das nicht? Bieser lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Oh, lebst du noch? Jo, was ist denn los? Wow! Wow! Oh Idris, Alter, das war ja schon von der Handtatt. Das war ich nicht. Alter, Alter, Alter. Hä? Ne? Die Map ist so cool. Alter, bis er das hört. Ich hab nur gedacht, das ist die andere. Ja, ich bin schon da mit vorne. Ja, das war übrigens nicht ich, sondern der Maxi. So ähnlich spielt's nicht da mit den Fässern. Oh! Hey, da liegt ein Toter. Da sind Leute, da sind gerade Leute gestorben, oder? Da liegt ein Toter. Maxi hat mit seinem Spartan-Kicker ein paar Leute gezählt. Ja, das heißt, du bist der letzte, oder? Was? Nein. Ja, genau. Martin lebt ja auch noch. Nein, halt. Oh, Trieb. Warte, mach mal Färber. Ja, ich hab ne Diegel. Ja, okay. Diegel. Diegel. Ich hab ne Wetternehm geschossen. Warte, lass mich heilen. Warte, ich heil dich auch noch. Komm. Ey, wir heilen uns. Wir schicken den Foto von dir weg. Okay, okay. Diegel. Ich mach nix. Ich mach nix. Wartet mich zuerst. Wow. Warte. Warte. Komm, du warte. Diegel. Ich hab nix. Warte. Das weiß keiner. Warte. Nein. Komm mal. Ja. Dann rennt er mit dem Baseballschläger auf mich zu. Plötzlich kommt die Idus von der Seite und der Baseballschläger. Hallo. Hi Martin. Dieter Ries. Martin, schieß auf mich. Nein, ich hab nen Baseballschläger noch mit in der Hand. Hä? Wer hat doch mit der Shotdown auf mich geschossen. Hat doch irgendwer von hinten auf mich geschossen. Nein, ich bin grad rausgekommen. Irgendwer von hinten auf mich geschossen. Ich bin grad rausgekommen. Brandi, Brandis. Fuck. Das war halt mega anpacking. Jetzt hab ich den Triss ausgepackt, Brandi. Wow. Das war halt jetzt richtig anlucky. Der war clean braun, oder? Nein, nein, das war ein schöner Kick. Leute. Das war halt jetzt wirklich anlucky. Neu. Ja, du hast das nicht gewusst. Ja. Erstens. Und zweitens. Wenn ich's gewusst hätt, wär ich halt damit rausgegangen. Weil. Naja. Nur weil's einen Athleten gibt, muss nicht heißen, dass sie halt die Homeroid die ganze Zeit gezogen hat. Na? Jetzt kann ich's so tun, als wäre ich Athleten. Ich hab mal mit der B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Das ist komisch, ich hab Spaß. GAMBLER. Oh, da drüben Tabakus. Also der Markus. Bis anladen, ich hab keine Waffe. Mach ihn runter, Martin. Okay. Martin, verdreue ich einmal. Martin, verdreue ich auch, weil das war. So, ja, der Julius ist auch tot. Wie ist er oder kriegt mit der Martin? So, wir öffnen ihn oben. So, Magnete. Ja, ich suche den Magnete-Stick da. Ja. Wie kann man so ein Klasse droppen? Ja, einfach nicht. Der Brandy ist schon wieder. Entweder der Balli oder der Brandy ist schon wieder. Ich bin das. Ich bin nur Gambler. Das wäre halt eine richtige Anlage, wenn es schon wieder der Brandy ist. Ist jetzt Markus tot oder nicht? Ja, Markus hab ich jetzt auch zu viel. Toll, hat er sich jetzt nicht gehabt zurück zu, oder? Ja, ist jetzt schon ein Firm-Deads vorher. Was hast du gemacht, Brandy? Heiter Markus ist bei mir nicht bei einer Gruße. Bei mir ist der Markus sogar immer sehr gewesen. Hei bei mir jetzt auch. Warte. Er ist eh wiederbelebt. Nein, und der Ding lebt noch der Pisa. Der Brandy. Oh, Markus ist da ein. Wieso rennt der Martin noch nicht auf hier rum? Ich hab einen Unterkopf. Vielleicht ist es noch ein Bug. Ach, der Schicht, wirklich Schicht. Ich hab gedacht, einer ist gesch... Ah, jetzt wird der Pisa... äh, der... Die Slater als Ding... ...dargestellt. Was? Ja, als... Also der Ding war... Also der Markus liegt eh unten, oder was? Ja genau, der hat ein Klasse Priester gehabt. Bei mir auch. Bei mir auch. Aber er hat ein Klasse Priester gehabt. Oh, das ist ein Bug, Alter. Glaub ich. Maxi. Irgendwie, ich glaub ich. Ja, okay. Maxi, setz ich mal da rein. Maxi, Maxi... Geh weg, du bist und schieß ich auf dich. Hallo Pisa. Hi Martin. Maxi, geh weg, du bist und schieß ich auf dich. Maxi, geh weg, du bist und schieß ich auf dich. Nee. Ich will einen. Pisa! Au. So war das nicht. Hey Maxi, wir müssen uns nicht bekriegen. Wollen wir dem vertrauen, oder? Ja. Schreit der Martin wieder in irgendeinen Namen? Der Martin hat den Ding. Ich hab schon, dass es ist. Hey, was sollt ihr jetzt auf einmal so ruhig, oder? Da hinten ist er. Nein, 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 Maxi. Ich hab keinen Ton mehr. Anwalt die. Ah, scho. Sound muted. Sound resumed. Microphone activated. Hallo. Dennis. Hallo? Hallo. Hi, scheiße. Mach ihn! Warte, ich hab mit dem Idris gespielt da unten. Ich hab ihn nicht eingesperrt. Ja, ne. Ja, die Waffe, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Das will ich vor Martin wegmachen. Martin hat dich gemacht. Dafür solltest du dich schämen. Und der Idris los. Und der Idris scheint auch noch. Markus, Markus. Was? Ja. Aber Martin, jetzt muss ich echt sagen, das hast du ganz gut gemacht. Wir sind direkt voreinander gestanden. Ich mein, dass die Magnetus dich sucht, war ein bisschen peinlich, aber... Trotzdem ist es halt passen. Ich find's sogar manchmal geht das mit der Laiche auf ihm gar nicht, gell? Ich wollte Markus tun firmen. Aber die meine ich gleich wieder unten. Meist du, ich wär ein Troll. Und irgendwie eine Double für mich? Ah, nicht tun firmen. Weiß nicht, Markus, dass man dich als Ding nicht gesehen hat, oder warum? Das war ein Backe. Ich wollte schon eine Warte runter. Ja, ich hab das eh schickt, aber... Das schlägt für mich aus der Backe. Okay, ich bin kurz weg. Die Musik... Was war das jetzt? Dein Vater. Sie sind sehr schön. Halb, euch. Ich bin schon... Bald, du vertraust der, dass du da der Pool auf willst. Ich stehe nur, du da. Hm. Sing, Sing, Sing. Das bin ich Freud, das kann er. Das bin ich jetzt nicht. Ich hab getrunken. Du hast ja getrunken. Nein, ich hab getrunken. Warte, Body. Du kannst schauen, dass ich innocent bin. Ah, der läuft doch. Ah, Alter. Da. Pisa, schau mal. Nein, nein, die geht ja nicht. 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 Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, wir nicht blöden jetzt, oder werden wir die tot gewesen. Aber schau, Fresh Bang. Nein. Fresh Bang. Ich will nix sehen. Fresh. Ich bin CSGO, Martin Scheid. Oh shit, ich bin in der Bärenfalle reingerahnt. Ey, was ist mit dem Ding? Ich sterbe in der Bärenfalle. Bevor du stirbst, du bist doch. Ja, okay. Martin, war das Ding? Ich bin schon tot. Ey, Disco. Pisse, Alter. Wir hatten die Bärenfalle aufgestellt. Du bist ja gestorben. Ich hab die aufgestellt. Ich hab die aufgestellt. Ich hab die aufgestellt. Im Smog. In einem Türangang. Unten. Was? Welcher Berg ist es dort? Was? Welcher Berg ist es? Es ist sicher der Schneeberg, oder? Ich muss warten. Kilimanjaro. Pass auf einmal nach. Der Traster, Pisse, Traster. Alter, Pisse, Traster. Alter, Pisse hat mich gerade erschreckt. Warte, mach ihn fertig. Alter, der Pisse hat mich gerade erschreckt. Mach ihn fertig. Ich werde damit rechnen, dass der wartet, gleich wieder schießt. Alter, Maxi oder was ist mit dir? Der macht es nicht, ne? Oder? Äh. Bist du untert, Pisse? Ich bin mit der Ovid vollend. Ich hol das scheiße, Leute dann. Farbe. Ähm, Farbe. Farbe. Farbe hat die Farbe gemacht. Das war ich nicht. War der Fall. Schwier. Bestätigen Leiche. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Es ist kein Korre zu ihn zu kommen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Es ist kein Korre zu ihm zu kommen. Ja, das ist gefährlich. Ich trete mal einen Fahnen. Der mit Daphne da rumsteht. Warte, der Daphne darf nicht so viel sein. Jetzt wird es ein bisschen obwies. Ich habe Daphne, ich habe Daphne, aber trotzdem. Ja, aber ich hatte doch noch ein Baseballbet. Das ist okay. Jetzt muss der Panther nicht. Bei Lula. Die Windchaster oder so, ist ja gut. Machen wir wieder mal ein Maushaus. Beim Idus habe ich so Mausung gehabt. Die riesen Weltgefreie. Die Mausen sind ja so wenig Mausen. Dann werden wir nicht so runde Maushaus sehen. Dein Tiefels zu sagen. Das ist Kana, Junge. Das ist Kana, ist Leckman. Warte, 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 wir nehmen ihn. Warte, warte. Das ist Kana. Das ist Kana. Bis zum nächsten Mal.